Und ist der Stift in der alten Santoriner Schiffseigner-Familie. Ja, die andere Variante ist der Zickzack-Weg, aber in dem Fall hier 588 extrem weitausladende Stufen. Das ist mehr als ein kleines Fitnessprogramm. Und falls Sie jemals von oben nach unten laufen wollen und den Einstieg in die Treppenstufen suchen, immer der Nase nach, können Sie sich vorstellen, die dritte Variante, die Eseltreiber, die lassen, beziehungsweise nicht die Treiber, sondern die Maulesen, die lassen natürlich eine ganze Menge über die Saison hinterrücksfallen. So, wir haben hier nun einen ganz kurzen Stopp für Gäste, die zu uns am Rückgang gestoßen sind. Wenn Sie natürlich Ihren Service, der im Ticket mit drin ist, in Anspruch nehmen wollen, um in Russlander schön heimgebracht zu werden, dann bitte an Bord bleiben. Wir halten nur ganz kurz an und dann geht's retour zum Ursprungspunkt in Färfen, Nathenios, auch zusammen mit unseren Nights hier.